Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danywellby und ich begrüße euch zurück zu Let's Black Kingdom R2 für einen Weg, wo die Parts verdammt nochmal nur 10 Minuten lang sind. Ja, in der letzten Folge haben wir Lexaios erledigt, das ist nicht in seine Tür, da ist die in seine Tür, und haben damit das dritte Mitglied der Organisation 13 erledigt und haben noch 10 Mitglieder vor uns. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, welches Mitglied wir uns vorknöpfen, habe ich dann aber hier für 6 Jahre unentschieden, weil schauen, weil es ist ja auch nicht so schwer. Der einzige Schwierige an dem ist ja hier dieses blöde Portal, wo da einen hinzaubert, wo man hier so einen richtigen Kreis und so aussuchen muss, um da hinzukommen, um dem seinen Angriff auszureichen, meine ich. Und ja, machen wir das. Ultimal wieder ausgerüstet. Ich wollte erst nochmal Dinge ins Kaputt hauen, ähm... Na, Lexaios. Um bei dem flüchtige Versionen zu farmen. 5 Minuten, hallo? Bin ich ja locker wachen. Aber ich muss erst nochmal einen finden, der beständige Visionen hinterlässt, damit ich mir Vollblüte herstellen kann. Ich hoffe, du hinterlässt das. Oder irgendjemand anders. Du hast doch gar nicht so viel HP, hallo. Warum hast du nur so wenig HP? Der blöde ist die Buchfälze. What? Ja. Hast du ja richtige? Ja, boah. Aber wenn ich mir jetzt die ganze Zeit... Ja, ich sollte mich vielleicht hier nicht reinfangen lassen, hab's doch gefühlt. Ich bin mir voll auf die Fresse, aber gerade. Aber nicht nur Magnet verliert, ne? Apropos. Äh, hat sogar geklappt. Ich füge die Krise. Ich hab mir so gedacht, mit Magnetwelle könnte ich die ganzen Bücher auf einmal weghauen. Ich setz mal mal Magnet ein. Hat sogar geklappt. Oh. Der hat schon mit seine Ultimate? Wieso kann ich schön den seinen Original ja herausfinden? Kannst du mal aufhören? Hallo? Du echte? Oh. Ja, der Kampf könnte, glaub ich, ein bisschen nervscht werden. Das Gefühl. Gut, jetzt jedes Mal, wenn ich den da raushaue, kann ich den ein bisschen vermöbeln. Ach, Mann. Ich bin hier ordentlich heilendauernd. Wirk viel. Alter. Du bist der Richtige, ne? Naja, wo bist du? Da bist du. Oh, da ist es geklappt. Naja. Boah. Warte, wenn ich hier rauskomme, ne? Boah, wo ist er denn jetzt? Boah. Alter. Wo bist du? Komm her. Ich dachte, wenn ich weit weg bin, dann muss er nichts bringen. Ich hab's gedacht. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass er andauernd das wieder macht, weil er ist gleich dran. Komm. Komm. Hahaha. Ach komm. Boah, ist er hat einen Drixack. aber ich wusste hat er zu ist er hat manchmal zwei männer einsetzen so nein ich wollte schon sagen nein ich hatte ihn noch fast ja ich bin ja gerettet ja ich habe eigentlich schon gewonnen ich gehe hier rein ich mache da noch mal sobald ich raus bin dann bist du dran du wirst dran ausgerechnet sieben minuten meine güte wird hinterlassen flüchtige eine beständige vision weil er kann sich damit ein paar vollblüten herstellen wünsbar wahrscheinlich bringen data kämpfe dauern sehr viel kürzer als zehn in langen hatte beiden verdammt ja da muss ich noch eine beständige vision finden so vierte mitglied haben auch erledigt keine ahnung wir machen als nächstes ist alles irgendwie ein paar leute machen können oder soll es wahrscheinlich recht ich versuche so zwischen max mal lucia und laxen irgendwie so dem x vor dem habe ich angst ich weiß nicht genau wie den sein bosskampf funktioniert ich glaube da muss man sich in die weisen form verwandeln und ich glaube immer wenn ich mich in die weisen form verwandelt habe damals hat er verdammt noch mal sich in die anti form verwandelt hatte scheiße und ja gut wenn man das irgendwie man muss eigentlich nur den anfang übernehmen dann ist der post nicht mehr so schwer war na gut ich möchte trotzdem noch ein bisschen vor mir erschieben deswegen würde ich sagen machen wir nicht vielleicht lag sehen oder wechseln auch wenn mir nicht gefällt keine ahnung wenn wir schon was einfallen lassen das heute wieder voll jedenfalls wenn euch der part gefallen hat könnt ihr ja ein abo ein like ein kommentar oder sonst irgendwas lassen um euch irgendwie erkenntlich zu zeigen dass wir uns allen sehr helfen vielleicht euch nicht so aber wir vielleicht aber naja schon bis zur nächsten folge